...Mord, weil ich ihn handcuffen wollte und dieser Handcuff-Button 0,1 Sekunden cooler noch hatte. Deshalb ist er nicht durchgegangen, aber der Kill ging, der Kill ging durch. Ja? Ja? Ich war ja Anti-TP, ich war das eine Mal in der Trap vor, ähm, na? Vor, beim Eingang hier, äh, Admin, da rechts, wo die, wo die Lifeline ist. Und da, wo der Report-Button, äh, da war der Report-Button. Aber ich bin an dem gleichen Punkt gespawnt, wo ich davor die Runde gespawnt bin. Du bist ne kleine Sau. Ja. Ja. Du bist ne kleine Sau. Äh, ist das schon mal passiert? Dass du ne kleine Sau bist, immer. Warte, ich, 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 magst du nochmal wiederholen? Ich hab nicht ganz zugehört. Und lass mal Fisa leben, bitte. Alles gut, ne. Nein, bring mich oben, wenn ich fester bin oder so, wär das super. Später. Wie lang macht der normalerweise? Halb. 22.30. Ah, okay. Ja. Oh, danke. Ich war in Word. Ach du Scheiße. Cool. Oh. 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 Ähm, äh. Oh. Nein, ich hab nicht aufgepasst. Ich bin in ne Trap reingelaufen und dann ist Moni neben mir umgekippt. Wer ist die nochmal? Vieh. Äh, Vieh. Ich bin im, äh, ich bin im, äh, ja, ich bin im Dropship in ne Trap reingelaufen und dann ist Moni neben mir umgekippt. Ich glaub, ist Fisa ja schon wieder tot. Faru? Ich hab das ernst gemeint, ich hab das ernst gemeint, dass ich sie nicht mehr umbringen soll. Die stirbt jede Runde jetzt zur Zeit immer, die letzten drei Runden als erstes oder in der ersten oder zweiten Runde. Die haben auf jeden Fall... War hier mit wem erster auf der Couch gechillt? Hm, ich weiß es nicht. Ich glaub, Bernie... Aber ich bin absolut nicht sicher. Die hat einmal an mir rumgewickelt. Ja, aber für was anderes. Ja, toll. Und ich war invert. Invert. Die haben auf jeden Fall einen... Ich würde sagen, Bernie ist die Wulsche. Nee. Warum sollte ich denn einen so alle rumwickeln? Weil du weißt nicht, dass du halt ein Killer ist. Wollte, was wolltest du grad sagen? Wir haben auf jeden Fall einen... So, Ali soll überlegen, wer die Witsch ist. Ach, Galia wollte sagen, wir haben auf jeden Fall einen... Ja, wir müssen einen Warlock haben, weil... Ich stand mit Moni an der Task... Dann kippt die Lungen... Denn... Dito schießt auf mich und kippt zwei... Und kippt den Lungen um. Ja, sag ich. Ich bin keine Witsch, ich kann keine Witsch sein. Ich bin nämlich direkt losgelaufen, ich bin nicht im Elektrik. Nein, du bist an mir rum. Nein, du bist keine Witsch, okay? Weil mir eingefallen hat, ich habe übrigens die Fahrt vergessen. Was ist das? Ja, Bernie war's. Hä? Was ist jetzt hier passiert? Bernie war die Witsch? Glaube ich, hoffe ich. Ich habe mich, die Boss. was ist, ich habe mich, die Rollen, die Brust gefahren. Was ist sie? Ja, ich habe ihn nicht. Ich habe mich, die Schuhe! Willen ist's Fisch? Wer ist? pole mich, die Brust. Ich habe mich, die Brust gefahren, ich habe ihn. Ich habe mich, die Brust gefahren. Deskوhe-ove, die Brust gefahren, ich habe mich, die Brust gefahren. lag die leiche schon bei dir wo du rein bist nee okay also ich habe sie sie generell nicht gesehen reingelaufen habe lichter gefixt kommen raus und du stehst auf der leiche ja aber ich bin von rechts reingelaufen und wollte in den cage links abbiegen da habe ich ein report button bekommen da wollte ich erst mal suchen wo der ist und dann das liegt also ich war im lab die ganze runde alleine soweit ich das sehen konnte ganze lichtausgänge damit nicht rüber gelaufen wo bist du hin als wir jetzt von rechts rein ja ja jetzt gerade habt ihr den baum gemacht das mit dem hoch runter diese vier streiten da wo es faru bekommst ich kann dir so viel sagen galia hier moni wurde geklickt von dem vampire wer war da noch in der nähe von euch sieben sekunden ist glaube ich für ein paar bis ne ich bin jetzt sofort runtergelaufen ich weiß nicht kann aber sein dass sie umgebissen wurde ja keine ahnung also sieben sekunden ich war recht da stand die du neben mir und er hat auf mich geschossen weil er dachte ich hab sie gekillt wie kann man aber darauf dass adnelo warlock ist war er für die mensch aber es hat keinen sinn ergeben weil ich mich die ganze zeit bewegt habe und nicht vier stunden vier sekunden bei irgendwem gechillt habe nein du kannst auch mit der person rumlaufen ja ich werde ich werde adnelo wohnen weil ich glaube soali hatte infos dass er adnelo genannt hat ich glaube soali hat getrollt und es gibt einfach naja ich kann mein quiz machen in der zeit meiner t-list ich glaubt nicht doch die runde ist vorbei die danke für den schweiber sie da gekillt könnt ihr mir erklärt wie ich gestorben bin erklärt aber ich war das halt also ich bin ja mal du musst ja du bist von der brot drauf gekommen ich habe doch auch die animation gesehen wie mir ich mich selber gekillt habe hast du da warst du eine task gemacht du hast dich an dich an mir erschossen und die du sich denn auch an mir ist aber so ist es ist aber so ist es ist und berne hat auch ein noch das witz geheißen was ein dreck so ich laufe mit dir runter und lauf sogar noch ein stück nach rechts mit ins lab damit ich wünsche kann dreh dann wieder um und weg und ich so und genau dann kommt der report ich denke ich bin gefickt sowieso ja ich habe mir das in der vod angeguckt ich bin ganz alleine runtergelaufen da warst du komplett von mir also ich war direkt neben dir die ganze acht scheiße ja